Herzlich willkommen zum neuen Nestor-Podcast. Mein Name ist Yvonne Thunert von der ZBW. Ich sitze in Kiel und ich habe zu Gast Marco Klint, der sitzt in Berlin. Stell dich doch gerne mal vor, Marco. Genau, mein Name ist Marco Klint. Ich arbeite beim Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin am Zuse-Institut. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das? Wir betreuen das Förderprogramm für Digitalisierung von Kulturerbeeinrichtungen in Berlin und da die Kulturleute in den Einrichtungen meist ein bisschen ferner von Digitalen weg sind, sind wir bezahlte Experten, die uns in Beratung und technischen Dienstleistungen versuchen, um denen das Leben nicht noch schlimmer zu machen, als es im Digitalen sowieso ist. Und damit man das ganze Geld für die Digitalisierung nicht zum Fenster rausschmeißt, war unser Anspruch schon lange, dass wir ein bisschen nachhaltig auf das Digitale aufpassen wollen. Und so entstand das Projekt ewig und jetzt das digitale Langzeitarchiv-System ewig und auch der Dienst ewig. Und das machen wir zusammen mit dem kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, HBV. Die sind maßgeblich für Bibliotheken zuständig. Wir kümmern uns um kleine und große Museen und um Archive, also ein wilder Mix. Cool, das nimmt schon ein paar Antworten auf Fragen vorweg, die ich mir vorher überlegt habe. Das macht aber nichts. Ich bin gerade ziemlich interessiert an Langzeit-Archivierungslösungen, die ich noch nicht richtig gut kenne. Du hast ja zum Glück beim Nestor-Praktika-Tag einen umfangreichen Vortrag zum Thema Archivematica gehalten. Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen. Ihr benutzt das ja jetzt schon eine ganze Weile. Genau, wir benutzen Archivematica als Open-Source-System schon seit, ja, ich würde sagen, also angeguckt haben, was uns vor zehn Jahren und Einsätzen tun, was auf jeden Fall seit acht. Produktiv ist so, wir haben so eine schleichende Produktivitätseinführung, also man werkelt halt rum. Es ist auch nie fertig, weil Langzeit-Archivierung, wie wir alle wissen, ist ja ein Prozess, der in den Häusern anfängt und irgendwann mal in der Zukunft aufhört. Und dann bastelt man halt. Und wir haben die glückliche Lage, dass wir Techniker und Nicht-Techniker zusammen sind im Team. Und deshalb können wir halt auch an Open-Source-Systemen schrauben. Also Archivematica wurde entwickelt von Artifactual und wird auch weiterentwickelt von Artifactual. Und eine Gründerin von Artifactual hat mal gesagt, Open-Source-Projekte sind kostenlos, aber sie sind so kostenlos wie ein kleines Kätzchen, was man geschenkt kriegt. Weil wenn man das kleine Kätzchen hat, muss man dafür sorgen, dass das Kätzchen wächst und gedeiht und nicht stirbt. Das heißt, dieses kostenlos ist natürlich mit extremen Ressourcen verbunden, weil man da halt erst mal was machen möchte. Ist auch irgendwie logisch, weil es kann ja nicht kostenlos sein, es fällt ja nicht vom Himmel. Wir haben ja jetzt hier keine Zauberer, die sagen, hey, Langzeit-Archivierungslösung, hier habt ihr es. Genau. Und an den Anfängen war, also wie ist Archivematica entstanden? Artifactual hatte für die Archiv-Community in Kanada ein zweisprachiges Archivsystem entwickelt, Atom Access to Memory. Und dann kam das auf, je mehr digitales Zeug aufbewahrt werden musste, brauchte man Workflows für die digitale Langzeitarchivierung. Da kommen wir später nochmal dazu, was das alles bedeutet. Und deshalb haben sie ein Workflow-System namens Archivematica davor gesetzt, was dann die IPs als Dips in Atom abliefern kann. Und das fanden wir irgendwie eine ganz gute Idee, dass alle Tools, die man so verwendet und alle Schritte, die man in der digitalen Langzeitarchivierung so braucht, nach OIS, damit abgebildet werden können. Am Anfang war das so ein bisschen holprig, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat früher, ging es ganz gut. Es wurde immer, immer besser. Und es wird auch aus der Community immer besser, weil Artifactual verdient zum einen Geld mit Support und Hosting-Verträgen, aber zu anderem auch aus sogenannten Feature-Bounties. Also man kann als Community, das ist ja ähnlich wie bei Rosetta, sich darauf einigen, was wäre ein gutes Feature für die gesamte Community. Und dann kriegt man einen Entwicklungsquote von Artifactual und dann gibt man Geld und die implementieren das einem und machen es der ganzen Community, also stellen es der ganzen Community zur Verfügung. Und was uns am Anfang an Archivemetica gefehlt hat, war, es war ein Workflow und der lief von vorne bis hinten durch und dann war Ende. Und das ist ja im Prozess von Langzeitarchivierung meist nicht das Ende, sondern man will ja unter Umständen später nochmal was mit den digitalen Objekten machen. Und da hat unsere Arbeitsgruppe das Reingest-Feature gesponsort, also dass man die AIPs und am Ende, die rauskommen und dann irgendwo abgelegt werden, nochmal vorne in die Pipeline reinpacken kann und die Pipeline dann halt einfach aktualisiert nochmal rüberläuft. Also entweder andere Preservation Rules oder andere Tools oder überhaupt andere Policies, sodass man damit dann wirklich langfristig mit den AIPs auch arbeiten kann. Könnte man mit diesem Workflow auch so eine Preservation Action durchziehen? Genau, also ich erzähle mal ganz kurz, was Archivemetica alles macht und wie da die Preservation Actions angedacht sind, wo man sie überhaupt reinpacken kann. Also ich hatte ja schon gesagt, Archivemetica ist ein Workflow, das heißt, wir stellen uns das mal so wie eine Wurstmaschine vor. Also am Anfang kommen die ganzen Ingredienzien, also Sojaproteinen, Schnitzel da rein, Gewürze und alles Mögliche. Rezept hat man vorliegen und am Ende kommen dann hoffentlich AIPs raus oder Dips. Und die Phasen, die Archivemetica implementiert, sind der Transfer, also die digitale Übertragung von Transferpaketen. Also wir nennen die bei ewig Transfer Aggregations. Das sind noch nicht richtige ZIPs. Die werden erst im zweiten Teil, im Appraisal, gemacht. Das ist eher aus dem Archivarischen bekannt, also die Bewertung dessen, was rankommt. Das ignorieren wir komplett, weil wir nicht bewerten, sondern als Dienstleister für unsere Digitalisierungspartner alles aufheben wollen. Also wir haben keine Archivare, die das Ganze bewerten. Dann, nachdem man das zusammengestellt hat, laufen diverse Sachen ab, die man so kennt. Also ein Viruscheck läuft ab, dann eine Identifikation, dann eine Charakterisierung, also die Extraktion von technischen Metadaten, hinzufügen von administrativen Metadaten, also Write-Statements oder woher kommt's, wohin soll's, wem gehört's. Dann der eigentliche Ingest kann eine Validierung beinhalten oder auch nicht, aber da werden dann die Ips gepackt. Und gleichzeitig kann man sich entscheiden, auch Dips zu packen, also sprich Arbeitsderivate aus den Mastern zu generieren. Und diese Dips werden im Workflow dann an ein Discovery oder an ein Archivsystem übergeben, zum Beispiel Atom. Also wir benutzen kein App, den komme ich gleich noch drauf. Und die Ips werden über einen sogenannten Storage Service, einen Extra-Dienst, der daneben hängt, dann auf irgendein Storage-System gepackt. Also die Abstraktion des Storage Service, der am Ende von, also am Anfang und am Ende von Archivmetica benutzt wird, also der Storage Service macht alles oder kümmert sich um alles, wo die digitalen Daten herkommen oder hingehen und abstrahiert entweder ein normales Dateisystem, aber auch irgendwelche Cloud-Dienste, S3-Object-Spaces und was man sich alles einfallen kann. Das Open-Source ist, kann man das auch erweitern. So, das kann alles Archivmetica. Die Preservation Actions laufen normalerweise, man hat Policies und die laufen während des Ingest schon ab als Normalisierung. Da kann man dann Regeln angeben, wenn man zum Beispiel TIFFs hat, dass die umgewandelt werden in andere TIFFs oder dass JPEGs wie umgewandelt werden, auch wenn das keinen Sinn ergibt. An das ganze Thema PDF haben wir uns noch nicht rangewagt, weil wir auch einfach keine PDFs kriegen, beziehungsweise wir kriegen nur PDFs, wo OCR integriert ist und das lagern wir neben den IBS als sogenannte Intermediates, aber nicht als Master. Aber gerade so für AV, also für Audio oder Video, ist eine Normalisierung bei Ingest gar keine so schlechte Idee. Das meiste, was wir bekommen, ist Flachware, also Bilder. Die normalisieren wir nicht. Die werden nur identifiziert. Wir benutzen da Siegfried, das ist auch vorintegriert in Archivmetica. Dann eine Charakterisierung durch Exif-Tool und eine Validierung von Jove oder von Checkative von der SLUB, also von Andreas Ruhmeike. Das kann man alles konfigurieren. Da gibt es einen Bereich in Archivmetica, der auch so ein bisschen ausgelagert ist, die Format Policy Registry. Das ist eine Datenbank, wo Werkzeuge drin hinterlegt werden und Regeln, dass je nachdem, wenn das Identifikationstool sagt, es ist ein MP3 zum Beispiel, dann gibt es eine Regel für die Normalisierung. Macht damit nichts, weil das ist halt nicht mehr zu retten. Das ist halt Käse. Oder man kriegt halt ein obskures, verlustfreies Bildformat und möchte gerne ein TIFF 6 Baseline haben. Dann hat man hoffentlich durch Siegfried dieses obskure Bildformat erkannt und auch ein bisschen charakterisiert. Dann kann man über eine FPA-Regel sagen, konvertiere mir das Ganze in TIFF. Und dann kann man auch noch einen Validierungs- und einen Verifikationsschritt machen, dass zum Beispiel überprüft wird, dass bei der Normalisierung, also der Umwandlung, bestimmte signifikante Eigenschaften, technische Eigenschaften erhalten bleiben, wie zum Beispiel, dass die Größe immer noch einigermaßen das ist, was man erwarten würde. Durch das angesprochene Re-Ingest-Feature kann man jetzt diese FPR anpassen durch neue, entweder neue Versionen oder komplett andere Regeln. Und dann könnte man theoretisch eine Migration durchführen, indem man ein AIP nimmt und dann die Regeln basierend auf den eingelagerten Archivformaten so angepasst hat, dass man in irgendwelche anderen Formate migriert. Da Migration, also überhaupt der Zugriff auf AIPs bei uns ziemlich teuer ist, die liegen bei uns eigentlich auf dem Band. Wir wollen die nicht so häufig anfassen. Das heißt, wir kratzen die auch nicht wieder runter und packen die raus. Unsere Philosophie ist mehr, wir schauen uns den Markt an, also was für Tools gibt es mit welchen Eigenschaften und mit welchen Fähigkeiten. Und wenn wir jetzt beim Ingest etwas normalisieren könnten in irgendein Format, was irgendwie besser geeignet wäre als TIFF, was es im Moment noch nicht gibt, dann könnte man es jetzt schon machen. Aber man kann auch einfach den Markt so weit beobachten, dass diese Tools, die die Migration durchführen, lauffähig sind. Und solange sie lauffähig sind, kann man die Normalisierung auch entweder bei der Auslieferung eines Datenpaketes machen oder irgendwann in der Zukunft. Dann braucht man das jetzt noch nicht machen. Hat den Vorteil, dass man die Primärdaten jetzt erstmal nicht großartig verändern muss und dann halt auch verifizieren, dass man nichts kaputt gemacht hat. Hat natürlich den Nachteil, dass man unter Umständen ein Zoo sich einfängt mit verschiedenen Formaten. Wie geht man jetzt damit um, wenn man jetzt ganz viele Formate hat? Also wir haben nicht so viele Formate, weil wir allen Leuten sagen, hier TIFF ist super und JPEGs könnt ihr daneben legen. Da passen wir vielleicht drauf auf, aber nicht so gut. Irgendwo muss man ja die Informationen, was man denn hat, vorhalten. Und da ist rudimentär in Archivematica ein Elastic Search Index eingebaut. Also alle Identifikations- und Validierungsergebnisse werden in Premise kodiert und in ein Metz geschrieben, was dann im IP liegt. Und genau diese Premise-Informationen wird durch Elastic Search indiziert, sodass man das sich angucken kann. Da wir Elastic Search nicht so brauchbar fanden für unsere Workflows, haben wir das auch abgeschaltet. Also wir haben den Appraisal abgeschaltet und Elastic Search und benutzen eine Kombination aus Fedora Commons, also einem Repositorium für binäre Daten, und parsen die Premise-Events da rein. Und zusätzlich haben wir noch eine Datenbank, also eine Triple-Datenbank, eine Fusiki-Datenbank, wo diese Informationen zusätzlich mit den ganzen administrativen Geschichten, also Rechte-Statements und woher kommt es und was ist es überhaupt, auch nochmal abgelegt wird. Das heißt, unsere Datenbasis, um zu sehen, was wir haben, was wir machen könnten und dann irgendwann zu entscheiden, was wir denn dann machen, basiert auf der Datenbasis, die wir im Fusiki und in Fedora haben. Das heißt, theoretisch nach einem Ingest könnte man Akafetica wegschmeißen, weil die Alps sind auf dem Band, die Dips, die Nutzungskopien oder die Exzessskopien sind im Fedora. In Verbindung mit Fusiki haben wir eigentlich den Zugriff auf allem. Wir haben dazwischen noch eine Zwischenschicht, die uns die Storage Spaces, unser Bandroboter, ein bisschen abstrahiert, namens iRods. Das ist auch ein Object Store, der vertikal und horizontal woanders hin replizieren könnte. Also hätten wir noch irgendwie ganz viel Geld und ein befreundetes Rechenzentrum, könnten wir unsere ganzen Ips automatisch dahin kopieren und von da wieder abholen lassen, was wir im Moment aber noch nicht haben. Wir speichern zurzeit zwei Kopien bei uns in der Lamperszelle geografisch zwei Meter getrennt, aber auf unterschiedlichen Silos, sodass, wenn der eine Roboter irgendwie Bandsalat macht, der andere da von verschont bleibt, sage ich jetzt mal. So, das war jetzt ganz kurz der Durchrausch so ein bisschen von der technischen Architektur und in Anklängen auch so ein bisschen die Philosophie. Dazu muss ich noch sagen, ewig selber ist ein Dark Archive. Also da kommen nur die Daten abliefernden Institutionen an ihre Daten ran. Dafür haben wir als schönes Frontend noch ein Dashboard entwickelt, wo wir Zugriff auf die Fedora und die Fuseki-Daten haben, aber auch die jeweiligen Datenlieferungen. Ein Dark Archive. Und da wir relativ wenig Leute sind, also das Digital Preservation Team am ZIP, sind fünf Leute, die alle auch noch was anderes zu tun haben, machen wir Best Effort Preservation. Also das ist ganz gut. Wir können uns auf bestimmte Sachen fokussieren und andere Sachen, die jetzt nicht so akut sein müssen, wie zum Beispiel Migrationen, können wir in die Zukunft verlagern, wenn wir irgendwann mal mehr Ressourcen haben oder nicht mehr so viel Ingest machen müssen. Das heißt also, wenn ich das jetzt nachträglich mal ein bisschen sortiere, theoretisch, wenn ich jetzt ein Digitalisierungsprojekt hätte, das irgendwann zu Ende wäre und ich würde nur die Materialien aus diesem Projekt archivieren wollen, könnte ich das mit Archivematica machen, die beispielsweise mittels Fedora speichern, dann hätte ich alle Metadaten dazu, ich würde dafür sorgen, dass ich mindestens zwei Kopien habe und das alles vernünftig gesichert ist, Spitzroom-Perservation mäßig und dann kann ich Archivematica wieder deinstallieren und mich des Lebens freuen. Genau, also da kommen halt fertige Ips raus und die sind relativ gut beschrieben, also es sind administrative, technische und deskriptive Metadaten enthalten. Die sind gekapselt als Bag, das kann man auch noch sippen, alles ist schön in der Metz-Datei in Premise kodiert. Das heißt, da sind dann Datenarchäologen, in der Zukunft auch erstmal gar nicht so unglücklich mit. Man kann dann natürlich mit den Ips nicht mehr so viel machen, weil man die dann nicht mehr im Zuge von Archivematica hat. Theoretisch könnte man dann irgendwann oder ein anderer Mensch könnte Archivematica aufsetzen, dem Storage-Service sagen, ah, hier sind Ips und die dann nochmal reingestieren. Also man könnte das theoretisch auch in der Zukunft machen, wenn es denn kompatibel bleibt. Also bei uns, die Dips landen im Fedora, die Ips landen bei uns auf dem Band. Es wäre ja zum Beispiel bei Rosetta anders. Da würde man auch die Datenbank durchsuchen nach Metadaten aller Art, alles innerhalb von Rosetta. Also das ist quasi out of the box von Anfang bis Ende dasselbe System. Und bei euch ist es ja eher so, dass es eine Architektur aus verschiedenen Komponenten ist und man könnte ja das eine mal ersetzen und das andere aber alles so lassen. Genau, das ist unsere Idee, dass wir, weil digitale Langzeitarchivierung antizipiert natürlich auch die Obsoleszenz von Software und von Hardware. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in 20 Jahren vielleicht mit ganz anderen Tools umgehen. Wir überlegen zum Beispiel gerade, weil wir diese Replikation in andere Datenzentren von iRods gar nicht brauchen, dass wir das einfach rausschmeißen. Das brauchen wir im Moment nicht. Wir haben auch angefangen erst mit Island Dora als DIP-Repositorium und das haben wir zwischenzeitlich durch ein Fedora Commons ersetzt und ein Fuseki, weil das einfach für unsere Belange besser war. Also eine Exit-Strategie gibt es, weil die AIPs self-contained sind. Da sind alle Informationen drin, die man benötigt und die kann man einfach auch irgendwo statisch aufbewahren, ohne dass man ein lebendes System haben will. Und die sind soweit auch gut dokumentiert, dass auch andere Leute damit was anfangen könnten. Wenn ihr aber jetzt Sachen habt, zum Beispiel, es ändern sich Metadaten. Wir haben das ständig, dass zum Beispiel der Identifier sich ändert, weil er eben kein Persistent-Identifier war, sondern sich eben ändern kann. Dann müsst ihr das ja in der Datenbank ändern, aber wahrscheinlich auch auf dem Band, oder? Genau, also zum einen sagen wir, nur ausreichend abgeschlossen kuratierte Daten werden übernommen. Da waren wir relativ beharrlich, sind aber nicht sehr weit gekommen, weil natürlich die Anforderung wirklich so ist. Ah, jetzt hat sich irgendwie noch ein wichtiges Metadatum geändert. Bei Bibliothekskatalogen passiert das ja ziemlich häufig. Die ignorieren wir aber, diese häufigen Änderungen. Wir haben uns aber was überlegt, dass man in Archivemetica so eine Änderung von Metadaten abbilden kann. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Bis vor kurzem gab es noch keine Möglichkeit, elegant Metadaten in Archivemetica-IPS abzudaten. Aber man kann sogenannte AICs konstruieren, also logische Archivcontainer, die dann das Binär-Master-IPE benutzen, referenzieren, und daneben ein IPE, was nur aus Metadaten besteht, was dann die aktualisierten Metadaten enthält. So muss man das Original-IPE nicht anfassen. Man braucht dann bloß, also dann wird es halt langsam ein bisschen so, dass man einen Table-Walk machen muss, um die IPEs mit den Metadaten, mit den IPEs, mit den alten Metadaten zu verheiraten. Das muss man dann bei der Auslieferung machen. Was prinzipiell kein so großes Problem ist, weil die Metadaten, die im IPE stecken, sind ja per se nicht falsch. Sie sind halt nur auf einem etwas älteren Stand und eventuell aus dem älteren Stand her unvollständig. Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit. Die Sloop hat ein Feature gesponsort, was jetzt in der neuesten Archive-Medica-Version drin ist, nämlich den XML-Metadaten-Import. Das heißt, man kann alle möglichen XML-basierten Metadaten jetzt von Archive-Medica parsen und ins IPE-Mets schreiben lassen. Und das funktioniert auch mit einem Re-Ingest. Bei uns, wir speichern die IPEs als gezippte Bags. Das heißt, sie sind bei uns ein Blob. Bei der Sloop ist es ein bisschen einfacher. Die speichern die Bags als ausgepacktes Verzeichnis im Dateisystem auf ihrem Speichermanagement-System. Und da kann man viel einfacher eine Datei, nämlich die IPEs-Datei, austauschen. Bei uns müsste man halt das ganze IP wieder packen. Deshalb sind wir auch gerade dabei, zu überlegen, ob wir von ZIP-Paket-IPEs darin enthaltenes Bag auf nur Bag migrieren werden, weil es einfach ein bisschen flexibler ist. Ich glaube, Blob könntest du auflösen. Ah, das ist ein Binary Large Object. Also, sobald man irgendwie Nullen und Einsen im Paket hat, das ist ein Blob. Alles klar. Cool. Also, da verspricht wieder der Informatiker aus mir. Ja, ja, mir wird schon immer gesagt, wenn ich so Abkürzungen benutze, lösen Sie das doch auf. Also, passe ich jetzt ein bisschen auf. Hoffentlich habe ich alle bemerkt. Wir haben das auch oft, also, du hast zwar eben erwähnt, ja, man archiviert es erst, wenn es fertig ist und so. Das ist dann die schöne Theorie. Aber in der Praxis passieren uns fast alle Dinge, die man sich vorstellen kann. Wir haben das auch oft, dass ein Dokument ganz ausgetauscht werden muss. Der Datenproduzent denkt sich, oh, ich habe hier jetzt noch einen aktualisierten Aufsatz dazu. Hier ist das neue PDF. Bitte tut das alte weg. Das soll niemand mehr sehen. Da sind noch Fehler drin. Dafür haben wir auch einen automatisierten Workflow. Da müsstet ihr ja definitiv an die Bänder ran bei euch. Jein. Also, man könnte das neue daneben legen und das alte einfach markieren, dass es nicht mehr aktuell ist. Also, das kann man bei unserem hierarchischen Speichersystem, einfach machen. Dann ist zwar der Speicherplatz auf dem Band belegt, aber wir müssen theoretisch nicht an das Band ran. Sowas könnte man auch einfach in der Datenbank sammeln und dann irgendwann die Ips löschen. Allerdings muss man irgendwie vorhalten, dass dieses Ip, was ja jemals irgendwann mal registriert wurde in der Datenbank, warum das plötzlich nicht mehr da ist. Also, wir löschen eigentlich keine Ip-Referenzen, sondern hinterlegen dann halt, wie man das auch bei PEDs kennt, mit einer Tombstone-Geschichte. Aus dem und dem Grund wurde ausgetauscht gegen oder war Mist oder wir hatten den Fall noch nicht, dass keiner nicht mehr gezahlt hat. Also, wenn irgendjemand nicht mehr zahlt, müsste man ja theoretisch auch Dinge löschen. Dann gibt es halt irgendwie eine schöne Festplatte. Hier sind eure Ips und dann löschen wir die. Aber das ist noch nicht vorgekommen. Musstet ihr schon mal, wir haben jetzt wahrscheinlich bald den Fall, dass wir Sachen wirklich löschen müssen. Bisher haben wir bei sowas immer nur die Access-Rights geändert. So nach dem Motto, nicht mehr nach außen geben, wenn wir irgendwie exportieren, darf das nicht wieder ins System, das ist auf der Access-Plattform, ist das jetzt nicht mehr zugänglich. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich einen Workflow kriegen, ihr müsst das in echt löschen. Also in echt, also auch vom Band. Habt ihr das Problem auch? Bisher noch nicht, aber die Digitalisierungsprojekte, die bei uns gefördert werden, die haben einen ganz großen Anteil an Rechteklärung, also Persönlichkeitsrechte und auch Urheberrechte. Das heißt eigentlich, also die rechtliche Anforderung, dass etwas gelöscht werden muss, würde ich jetzt nicht so hoch als Risiko betrachten. Also welche Fälle waren denn bei euch, weil der das einfach nicht mochte, der Datengeber, oder? Das ist eine Anforderung von den Verlagen. Ja gut, also klar. Ja, und die wollen das dann in echt haben. Und man wollte auch nicht so wirklich hören, dass es möglicherweise nicht sofort passiert, weil wir haben noch ein kleineres Team als ihr. Und das kann in der Urlaubszeit schon mal sein, dass drei Wochen lang keiner da ist. Und dann kann das auch keiner löschen. Und wenn das drei Wochen dauert, dann ist das nicht so schön. Also eigentlich wollen sie, dass das dann sofort gelöscht wird und das ist ein Workflow, den wir noch nicht umsetzen mussten, aber von dem wir wissen, dass er kommen wird. Bis jetzt haben wir eben immer nur die Access Rights geändert und das war immer okay. Wir haben auch ein Dark Archive, genau wie ihr. Genau, also da wir mit Verlagen eigentlich nichts zu tun haben, also es kann sich natürlich immer irgendein Urheber melden. Aber wenn es digitalisiert ist, bei unseren Digitalisierungsprojekten, dann kann ja auch der rechte Inhaber froh sein, dass es professionell digital Langzeit archiviert wird. Also wir hatten den Film in der Tat noch nicht. Ja, mich interessiert eben, wie mit Archivematica diese üblichen Probleme, die wir so im Laufe der Jahre festgestellt haben und die wir teilweise auch automatisieren mussten, weil es eine dreistellige Anzahl von Fällen pro Jahr war. Und wenn man das manuell macht, dann ist das auch einfach viel zu fehleranfällig und überhaupt nicht skalierbar, wie man das eben darstellt. Also mit dem normalen Archivematica ist es gar kein Problem. Da sagt man einfach, da sucht man sich die Ips raus, sagt dem Storage Service, der soll die löschen. Wir haben dem Storage Service beigebracht, dass wenn Archivematica dem Storage Service sagt, lösche, dass das ignoriert wird, dann muss allerdings nochmal eine Begründung geschrieben werden, warum es gelöscht werden muss. Und dann wird auch tatsächlich der Storage Service angewiesen, physisch Ips zu purgen. Und was Archivematica ganz charmant macht, ist auch die Trennung, dass man eine Web GUI hat, wo man sich durchklicken kann. Die sehen wir aber fast nicht, weil wir Archivematica nur über Programmierinterfaces bedienen. Das heißt, man kann alles, was man mit Archivematica macht, entweder zusammenklicken und die GUI sagt dem Programmierinterface, was man möchte, oder man programmiert Skripte drumherum. Und Informatiker machen sich das Leben ja eher durch Skripte. Also man arbeitet zwei Monate, um sich dann fünf Minuten Arbeit zu sparen, das Übliche oder andersrum wird ein Schuh draus. Und deshalb könnte man das alles automatisieren. Das heißt, man könnte so einen automatisierten Workflow zum Löschen von Ips oder überhaupt von allem in Archivematica relativ gut abbilden. Die API ist dokumentiert, sage ich jetzt mal. Also sprich, es könnte besser dokumentiert sein, aber da es Open Source ist, kann man die jeweiligen Programmierschnittstellen relativ gut identifizieren und auch bedienen. Also bei uns, ich kann ja noch mal ein bisschen darauf eingehen, was wir davor machen. Wir kriegen ja sehr viel heterogene Daten. Das heißt, unser Pre-Ingest ist eigentlich das, was uns am meisten beschäftigt. Also die Normalisierung von Datenlieferungen so, dass wir es dann automatisiert bearbeiten können. Da muss dann ganz viel gemacht werden. Zuordnung von Digitalisaten und Metadaten ist so ein schönes Lieblingsthema von uns. Also Dateinamen, Bezeichnungen zu irgendwelchen Lido-Datensätzen zu ordnen. Also Lido ist ein Austauschformat im musealen Kontext. Da werden manchmal römische Ziffern benutzt und die hat der Fotograf, der die Digitalisator angefertigt hat, dann durch drei kleine Ls im Dateinamen benannt, weil das bei ihm bei Mac genauso aussieht und dann fällt natürlich alle Zuordnungen erstmal auf die Nase. Wenn wir die dann aber einigermaßen normalisiert haben, also wir bauen uns dafür auch so ein kleines Metz, ein Ewig-Metz haben wir das genannt. Das ist unser SIP, wo auch die administrativen Metadaten drin ist. Also von wem kommt es, welchem Projekt ist es zugeordnet, wie lange läuft der Vertrag noch und so weiter. Dann fängt eine automatisierte Pipeline bei uns an, der das alles nochmal checkt und automatisiert über die Programmierschnittstellen mit Archivemetica und dem Storage Service redet und dann auch mitkriegt, wenn es fertig ist und dann weiter die Metadaten und die Daten in Fedora und Fuseki überspielt und aufs Band packt. Ja. Also viel Code-Arbeit, aber es wird alles besser. Also Archivemetica war am Anfang noch so ein bisschen rumpelig zu bedienen und mittlerweile dadurch, dass auch viele Leute, in Deutschland noch nicht so, aber überall auf der Welt, damit rumprobieren und es teilweise auch produktiv einsetzen und manche Dienstleister es auch als Grundlage für ihre Dienstleistungen einsetzen, wird es halt durch die Community auch immer besser. Also mir fällt ein, also in Kanada und in den USA ist es relativ erfolgreich durch die Betreuung durch Artifacture selber. Da gibt es auch einige, die ein bisschen was selber machen, kann man auch. In UK gibt es verschiedene Leute, die es selber angepasst haben und ein bisschen weiterentwickelt haben, aber auch Dienstleister, die das als Forschungsdaten, Langzeitarchivierungslösung anbieten. In Norwegen gibt es Pickle, die bieten professionelle Wartungsverträge für Archivemetica an und man kann natürlich immer diese Feature-Sponsoring machen bei Artifacture. Das, was ich gesagt habe, was wir gemacht haben und was die SLUB jetzt auch gemacht haben und da wären wir auch so ein bisschen bei der deutschen Community, da ist noch nicht so viel am Laufen, sage ich jetzt mal. Also ich weiß von einigen Einrichtungen, die sich es angeguckt haben, einige Leute spielen auch rum damit und sind vielleicht auch sogar schon produktiv. Die einzigen, von denen wir wissen, dass sie viel mit Archivemetica im Moment noch rumprobieren und mit denen wir auch regelmäßig sprechen, ist die SLUB, also wir haben schon so eine kleine Community. Wir hoffen natürlich, dass je mehr Leute Archivemetica mal ausprobieren und dann natürlich auf Probleme stoßen, weil welches komplexe Software-System ist irgendwie ohne Probleme, dass da irgendwann eine, zumindest eine Austausch-Community, vielleicht auch eine Entwicklungs-Community, aber eine Austausch-Community entsteht, dass man sich halt so ein bisschen helfen kann bei allen möglichen Dingen, Stolpersteinen und so weiter. Und bestimmte Sachen kann man dann in Zukunft vielleicht auch gemeinsam als Feature-Sponsoren oder im Pre-Ingest oder nach dem Ingest irgendwelche Werkzeuge, die da noch sinnvoll sind, vielleicht auch teilen. Also weil das Open-Source hat halt einfach den Vorteil, dass jeder, der Ressourcen hat zum Programmieren, zumindest da ein bisschen was machen kann. Bei einem Open-Source-Projekt muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wie viel man selber verändern möchte, weil das muss man dann alles einpflegen in den Hauptbranch der Software, also den Hauptzweig in die Community. Deshalb ist es immer besser zu gucken, dass man das entweder upstream, heißt das, also dass man das in den Entwicklungsstand von Archivematica, in den offiziellen irgendwie reinkriegt, oder dass größere Änderungen dann von Artifactual professionell eingepflegt werden, sodass es zum einen allen zur Verfügung steht, aber man selber auch die ganze Wartung von dem Code nicht übernehmen muss. Und das war auch der Grund, warum wir mehr davor, darüber und daneben bauen und Archivematica so gut wie in Ruhe lassen, weil jede Änderung da ist halt bei jedem neuen Versionswechsel von Archivematica dann von uns selber anzupassen. Welche Sprachen sollte man sprechen? Also in welchen Sprachen sollte man programmieren können? Also Archivematica selber ist in Python geschrieben, also die einfachste, beste Sprache, die man im Moment lernen könnte, weil sie total einfach ist. Die meisten Tools, also Jove und so weiter, die sind ja in Java geschrieben. Da ist die Lernkurve schon ein bisschen höher. Der Vorteil von Python ist meiner Meinung auch, dass man den Code einigermaßen lesen kann. Das heißt, wenn man, es gibt ja Code lesen und programmieren. Manchmal hilft es zum Verständnis, was passiert da überhaupt, dass man so ein bisschen lesen kann. Und das kann man mit Python meiner Meinung nach ein bisschen besser als mit Java. Das Frontend basiert auf Django. Das ist auch ein Python-Framework. Und eigentlich braucht man nur Python. Und wenn man dann irgendwelche JSON-Responses, also so ein paar geschweifte Klammern und so weiter lesen kann, dann ist das ganz gut. Wichtiger ist vielleicht, dass man das Archivematica-Mets versteht. Also jeder, der irgendwie ein bisschen XML lesen kann, ja, XML wurde für Maschinen gemacht, sodass es auch Menschen lesen können. Aber man will es als Mensch eigentlich nicht lesen. Ja, da möchte ich nicht widersprechen. Cool, wir haben so ziemlich alle Punkte abgearbeitet, über die wir sprechen wollten. Möchtest du noch etwas hinzufügen, uns was auf den Weg geben? Also jeder, der irgendwie sich Archivematica anschaut und dann denkt, eieiei, oder am Verzweifeln ist, der kann gerne irgendwie entweder das Team Digital Preservation am ZIP kontaktieren oder die offizielle Mailing-Liste von Archivematica, von Artifactual auf Google Groups oder sowas. Also was ich mir wünsche ist, wenn jemand da sich das ein bisschen genauer anguckt, dass man zumindest in der deutschsprachigen Community ein bisschen was voneinander weiß und ein bisschen sich ehrlich austauscht. Weil es bringt nichts, dass man irgendwie ein Softwareprodukt, benutzt und weil man gehört hat, ah, das ist alles super, also so typisch deutsch, ja, wir haben gar keine Probleme, das läuft alles, weil wir wollen nicht zugeben, dass es doch Probleme gibt, das ist unrealistisch. Also ein offen und transparenter, ehrlicher Austausch zwischen Anwendern, wie es ja auch schon zwischen Archivematica-Benutzern und Rosetta-Benutzern auf der technischen Ebene auch besteht, das würde ich mir wünschen. Ja, ja, da gehe ich mit. Also das macht ja auch so ein bisschen Nestor aus, dass man kollegial offen auf den verschiedenen Bereichen der digitalen Langzeitarchivierung miteinander reden kann. Ja, das stimmt. Cool, dann vielen Dank für deine Zeit. Wir werden sicher noch häufiger über Archivematica sprechen. Lass uns den Dialog fortsetzen und mal schauen, was die Community so dazu zu sagen hat. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Ja, einen schönen Arbeitstag noch. Ja, das ist ja auch.